Und da sind wir wieder mit einem Samstags-Let's Play, einem weiteren Part von The Walking Dead. Ja, wir haben jetzt den Schraubenschlüssel, haben einige weitere schöne Items, haben viel erreicht. Ja, und jetzt können wir uns hier Schritt für Schritt weiter der Perle nähern. Ich denke mal, der darf nicht zu nahe kommen. Ja, jetzt war der perfekte Moment. Bam! Und, nein, 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 weg mit dir. Hast du genug? Komm, finish him! Jawoll, direkt in die Zwiebel. Oh, ihr habt schon unsere Axt genommen. Zwei mehr. Das sollte mir helfen. So, jetzt spielen wir mal Holzfäller, Joe. Schleichen uns gar keine Treppe ruf. Warum schlagen Sie sich nicht hinter uns, in der es in die Höhe geht? Okay, wir sind gleich hinter dir. Ja, komm, mitzl dich durch, mein Freund. Geht das automatisch, oder? Ich zieh da mal gerade so einfach mal auf die beiden. Warte auf der Actionbefehl. Genau. Na, komm. Bam! Ja, na, auf die zwölf. Und nochmal. Rat. Tja, bloß nicht den Kopf verlieren. So, jetzt muss man bloß noch das Ding hier aufmachen. Was denn gleich? Ja, funktionieren müsste. Hallo und da. Wir sind hier, um zu helfen. Bitte, einfach weg. Lass uns gehen, Leute. In einem Moment. Ja, dann werden wir mal jetzt einfach mal reinkommen. Und zwar auf die Rabiata, Art und Weise. Stopp, einfach stopp! Ich komme raus. Du bist schuld. Oh Gott. Ich, ich sage, bleib weg. Wir müssen dir helfen. Es ist zu late für uns. Leute, sie hat blüht. Was? Ich habe gesagt, ich sage, geh weg. Ich bin blüht. Aber du kannst einfach weg. Also, calm dich. Du kannst du gut sein. Ich werde nicht gut sein. Mein Freund war blüht. Du bist so sick, und du gehst. Und du kommst zurück, und du zerstörst. Du kannst du nichts, du kannst. Du hast ein Freund? Mein Freund. Woa, woa, woa. Bitte! Ich will nicht einer von ihnen sein. Sie sind, sie sind... satanisch. Gib sie zu ihr. Was? Du kannst nicht ernst sein. Mach es. Nein! Sie können sich jetzt aufhören. Wir können sie nicht aufhören. Lass sie es aufhören. Gott, einfach... Okay, gut. Ich habe gesehen, was die Hölle ist, und es kommt zurück als eine dieser Dinge! Vielen Dank. Ich weiß, wie schrecklich das muss sein. Wir können es nicht sehen. Wir gehen. Wir können noch nicht gehen. Was? Warum nicht? Weil jemand braucht die Schlüssel. Wir können sie nicht verlassen. Sie beide gehen. Okay. Sie sind sicher? Ja. Ich bin hier mit dir. Du bist ein guter Mann. Du bist ein guter Mann. Ich bin hier mit mir. Du bist ein guter Mann. Ich bin hier mit dir. Ja, es tut mir leid, Len, aber ich glaube, es gibt keine andere Wahl, weil, ähm, gut, im Resident Evil gab es ein Gegendgift, Antivirus sozusagen, aber hier, ich habe keine Ahnung, und, ja, es hätte die Gruppe sehr in Gefahr gebracht, hätte sie überlebt und wir hätten zusammengeworden, deswegen, glaube ich, blieb mir da keine andere Wahl, das zu tun. Ich weiß, es ist eine schwere Entscheidung gewesen, aber, vor allem, um Glenn, tut mir leid, aber gut, in dieser Welt sieht es ein bisschen anders aus, wir können jetzt zu dem sprechen. Wie geht's, Glenn? Du, du. Was ist deine Geschichte, Glenn? Ich verbringe Pizzas hier. Ich habe ein paar zu den Eversen ein paar Mal gebracht. Sorry, ich meine die Leute, die dieses Ort haben, sind nur wirklich gute Leute. Es ist so schlimm, dass dieses Ort so sehen wird. Ist das die Wahrheit? Was ist dein nächster Moment? Ich weiß nicht, ich meine, ihr seht gut. Was ist deine Familie? Ja, ich... Ich... Vergiss es, Mann, das ist dein Geschäft. Ich liebe es, wie ich nichts tun kann. Ich weiß das Gefühl, Mann. Wie kann es so schlecht sein, so schnell? Du weißt, wenn die Dinge rauskommen, die Leute machen verrückt. Ich glaube, das ist nicht ich. Ich bin nicht auf, nicht für irgendwas. Gut, Mann, gut. Du lässt sie es tun, du weißt. Du hast gesagt, dass du sie die Schäufe. Ich weiß, ich habe es. Warum würdest du das tun? Sie war tot, irgendwie. Ich habe es nicht so gut gemacht, wie das. Es war jetzt schon vorbei. Du wirst hoffen, dass du nie tot bist, Mann. Nein, Scheiße. Ich versuche, ein bisschen Reis zu holen. Ja, genau. Ja, es ist klar, dass Glenn jetzt sauer ist, aber Ich kann verstehen, dass sie ein bisschen verliebt war in die Perle, aber Es gab keine andere Chance Die war schon praktisch tot Und es ist nun mal an dieser Welt so Auch wenn es bedauerlich ist So, um Hilfe der Axt kommen wir bestimmt auch hier rein in die Apotheke Oder auch nicht Gut, das klappt nicht Wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Es ist okay, danke für dich zu verabschieden Wie geht's dir? Es ist okay, danke für dich zu verabschieden Wie geht's dir? Es ist okay für dich? Ja, vielleicht nicht der verrückte Mann Ja, wir halten uns auf ihn Es war das Ding in der Büchern, er versucht mich zu holen Ich weiß Ich hatte Angst Ja, ich war weit weg Die Frau hat mich geholfen Ich bin froh, dass sie hat Vielleicht bleibst du nächstes Mal So, dass du nicht so weit weg bist? Ich werde versuchen Gut Ich werde weiter schauen Okay Okay Wie geht's dir? Wie geht's dir? Willst du nachher schauen? Lass uns nachher schauen Okay 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 Gut, schauen wir uns mal um Vielleicht können wir jetzt irgendwas machen Ich kann nicht auf diese Brücke Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal I can program it to work with those TVs across the street I just hope the power is still on You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in A.V. Let's try it Well fucking done, dawg All that dork nonsense might save a life Who's to say it already hasn't? That got a few of them to take notice But not enough Okay Okay Die Zombies scheinen ein schweres Publikum zu sein Das Programm hat ihnen scheinbar nicht gereicht Hey man, was are you doing? Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure Yeah, that's a hasty fortification job over there Yeah, that didn't work That guy over there has the keys How can you be sure? I found this in the office That boy in the photo worked here The keys being on him is as good a bed as we can make Yeah, I agree Just need to figure out how to get it out there and get them It wouldn't need long, right? Uh, just a few seconds Maybe there's a way to distract them and buy you some time Those TVs are on and I'm sure they're making a lot of noise behind their glass I can't reach that brick Der Baumarkt bringt nichts Open sesame, that won't work I was kidding It's universal, but not that universal I know Haha, yeah, schön wär's Duff, you want to get this door open? About that, you've got the cable, right? No, did anyone ever have it? Look man, there were a lot of those things trying to get in here And now we can't get back out onto the street We're also partying to some egregious fire code violations Let's head back inside, okay? Fakt ist, der Schlüssel ist da draußen Hey, Tommy That guy saved you? Yeah, can you believe it? Those creeps, or ghouls, or whatever the hell they are They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose That's kind of cute In that parents basement sort of way Huh? Huh? Oh, nothing Okay, they seem to be broken Interesting How did you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival Real hard-hitting stuff Real hard-hitting stuff Well, it's worth it Story of the century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts You do radio? That's right Well, until some piece of shit politicians yank our funding and I hit the blogosphere What are you messing around with there? A radio I can't get it to work though Here, let me have a look Nothing There are no batteries in this thing What now? You know that there are no batteries in that thing? Yeah, of course I mean, yeah No I can try to find something It needs two Thanks I wouldn't even really know what to look for Central High Tech State The paper is a week old It seems like years Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down This battery should fit the radio Great, thanks I'm looking for batteries for that day Dankeschön. Ich mag es. Hallo. Ich schaue noch die Batterien für diesen Tag. Dankeschön. Ich mag es. Ich möchte das Radio. Ja. Dankeschön. Es nicht. Erinnerst mich, was ich gesagt habe. Ja. Ich werde. Ich brauche dieses Radio. Ich habe dieses Remote in dem Office gefunden, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Batterien nicht fit sind. Es braucht die großen, stumpersten. Ja, diese sind nicht gut. Hm. Aber ich kann es scheinbar nicht mitnehmen. Wie geht's? Oh, gut. Willst du nachher schauen? Gut. Alles klar. Okay. Ich werde ihm zurückkommen. Das ist gut. Ich glaube, es wird noch eine Batterie, oder? Es gibt nichts von hier zu kommen. Das Wettbewerb macht seinen Job. Oder brauche ich noch mehr Batterien? Oder brauche ich noch mehr Batterien? Hm. 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 Brauche ich denn jetzt noch mehr Batterien, oder reicht das schon? Ich sehe auch keine Batterien mehr hier. Ich sehe auch keine Batterien mehr hier. Vielleicht kann jemand was damit anfangen. was ist denn sonst was. Ja, die funktioniert. Schön. Ach ja, seine Eltern. Schlimme Story. Ach, das geht bloß für die Tür. Naja, ohne Schlüssel wird das nicht funktionieren. Ich habe keine Idee, wo wir hingehen könnten jetzt noch. Ich könnte ja das Radio vielleicht verwenden, aber sie will es mir nicht geben. Damit könnte man die Zombies ablenken. Aber ich bekomme das Scheißdinge irgendwie nicht. Ich bin immer noch an die Batterien in der Seite. Danke, ich empfehle mich. Wie? Ich habe doch Batterien. Oder? Geh nochmal raus. Wie geht's? Gut. Willst du nachher schauen? Lass uns nachher schauen. Okay. Ich kann nicht auf diese Brücke erreichen. Die TV sind auf. Und ich bin sicher, dass sie hinter dem Schlauch machen können. Diese Dinge, wie die TV. Oder zumindest die Sonne von ihnen. Wenn sie größer waren, dann könnten wir die Straße entfernen. Ich kann nicht auf diese Brücke erreichen. Ein paar Sekunden suchen und wir wissen, ob er die Schlüssel hat. Ich muss da ran kommen, irgendwie. Ich muss da ran kommen, irgendwie. Ich muss da irgendwie ran kommen. Okay. Wie ist die Frage? Ich habe diese remote in dem Office gefunden, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Batterien nicht fit sind. Es braucht die großen, stumpten. Ja, diese sind nicht gut. Hm. Hier. Ich habe ein paar Snacken gefunden. Ich bin cool. Nicht viel Appetit. Vielleicht save es für einen von den Kindern. Du bist okay? Ich bin okay. Danke. Hm. Auf dem Boden vielleicht? Ah. Da also. Und hier ist ein anderer. Du solltest es jetzt arbeiten können. Es funktioniert noch nicht? Ja, ich kann es nicht herausfinden. Lass mich auf den Tag schauen. Geh' zu. Okay. Einmal umdrehen bitte. Und dann rein mal die Batterien. Ach so. Sind schon drin. Ach so. Moment. Genau. Einmal umgedreht. Jetzt muss es eigentlich hinhauen. Das ist ein Problem. Das ist ein W-A-A-A-A-A. Das ist ein W-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Oh Gott, will du einfach... Lass mich allein. Wie geht's? Wie geht's? Gut. Willst du nach draußen schauen? Dann jetzt. Okay. Ich könnte das Radio natürlich verwenden, um draußen lang zu machen, aber... Ähm... Can I do anything for you, Carly? I'm fine, thanks. Mit dem Radio könnte ich anscheinend jetzt nichts mehr machen. So, um... Despite the circumstances. Yep. Let me know if you need anything. Okay. Wie geht's schon mal gut? Wie haben wir schon gesprochen? Dem Typen, den ich nicht mag. Was habt ihr noch zu sagen? Ja, ich kann deinen Hass vollkommen verstehen gegen Typen. Ach so, das geht, die ganze Familie. Ach so, das geht, die ganze Familie. Einzelne Labern klappt also nicht. Und ja, ich kann den Typen auch nicht aufstehen. Wie geht's weiter? Und das Radio können wir nicht mitnehmen. Hat sich draußen was getan. Willst du gehen und schauen nach außen? Lass uns schauen nach außen. Okay. Ein Kombinationblock. Ich kann nicht auf diesen Brücken reachen. Lass uns zurück in die Seite. Okay. Zu reichen. Ich dachte auch nicht viel mehr zu sagen. Wie geht's? Ich werde wieder zu ihm zurückkommen. Das klingt gut. Was ist die ganze Zeit doch bei ihm? Ja, ich gehe im Prinzip gerade nur von A nach B und versuche, was rauszufinden, aber scheint nicht der Fall zu sein, dass irgendwas entdecke. Das ist was ich finde. Das ist die Tür zu der Pharmazie. Wir sollten da können, dass wir Pools Valerian da finden. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt, wie wir das jetzt machen sollen. Gibt's hier nicht noch irgendwas zu entdecken, was wir nehmen können? Auf dem Boden vielleicht irgendwas? Das würde mich echt mal interessieren. Ich könnte das Radio gebrauchen, aber sie brauchen erste Zeit, um zurückzukommen, dass ihr Kollegen tot sind. Hier, ich habe noch ein paar Sachen zu essen. Oh, um, danke. Du bist willkommen. Du bist sicher, dass ihr Mädchen nicht das braucht? Sie ist gut. Ich versuche sie zu halten und zu verhauen. Du bist ein guter Begeber. Okay. Danke. Kann ich jetzt vielleicht? Nee, immer noch nicht. Kann ich dir was tun, Karlie? Ich bin gut, danke. Nee, das hat es auch nicht gebracht. Nein, ich bin sorry zu hören, dass dein Freund von den lebenden Toden getrunken wurde. Gut, ich würde sagen, diese Folge endet hier. Ich habe gerade, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Vielleicht werde ich mich auch mal informieren. Aber naja, das war's für heute von The Walking Dead. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Tschau, Leute.